Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Der Erfurter Bischof Neimeyer hat die Teilnehmer des Reformdialogs der katholischen Kirche in Deutschland zur Rücksicht auf die Weltkirche gemahnt. Sie sollten Papst Franziskus mit ihren Beschlüssen nicht unter Druck setzen. Bei einer Veranstaltung zum Synodalen Weg bezog er sich damit auf Forderungen wie die Zulassung von Frauen zu geistlichen Ämtern und eine Segnung homosexueller Partnerschaften. Solche Fragen könnten nur für die gesamte katholische Kirche geregelt werden. Es sei für die Teilkirchen wichtig, in der Weltkirche verankert zu bleiben, erklärte Neimeyer. Zugleich begrüßte der Bischof den auf zwei Jahre angelegten Synodalen Weg, an dem er selbst mitwirkt. Der Reformprozess sei unerlässlich, um die systemischen Ursachen für den Missbrauchsskandal durch Kirchenmitarbeiter aufzudecken. Der SPD-Parteitag hat mit einem ökumenischen Gottesdienst in Berlin begonnen. Erzbischof Koch und der evangelische Bischof Stäblein wünschten den Delegierten viel Kraft, auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Koch empfahl ihnen zudem, offen zu sein für die Buntheit des Lebens. In seiner Begrüßung verglich Koch am Nikolaustag den heiligen Bischof augenzwinkert mit der SPD. Beide stünden für Überraschungen, sagte der Erzbischof. Für Nikolaus stünden symbolisch Schuhe, die gefüllt wurden, um den anderen zu überraschen. Bei der SPD habe es auch immer viele Überraschungen gegeben, nicht zuletzt bei der Wahl und der Entwicklung der Vorsitzenden dieser ehrwürdigen Partei. Zudem hätten beide einen schwarzen Gesellen an ihrer Seite. Kurien-Kardinal Uellé, Leiter der Bischofskongregation im Vatikan, hält sogenannte Veri Probati für kein geeignetes Mittel gegen den Priestermangel. Bei der Amazonas-Synode im Oktober habe er gegen einen entsprechenden Vorschlag im Abschlussdokument gestimmt, ältere Familienväter in Ausnahmen zu Priestern zu weihen, sagte Uellé. In diesem Punkt habe ihn die Synode enttäuscht. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch auf domradio.de. Papst Franziskus hat erneut die Lehre von Amoris Laetitia bekräftigt. Franziskus betonte noch einmal, die Kirche müsse auch an der Seite von Geschiedenen und Wiederverheirateten stehen. Seelsorger sollten die Menschen begleiten und ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen, erklärte der Papst bereits vor zwei Wochen bei einem Treffen mit Jesuiten in Bangkok. Das Gespräch wurde heute in einer Zeitschrift der Jesuiten veröffentlicht. Dabei verwies der Papst ausdrücklich auf sein Schreiben Amoris Laetitia über Ehe und Familie von 2016. Dort wird in einer Fußnote geschiedenen Personen, die wieder geheiratet haben, in Ausnahmefällen die Teilnahme an der Kommunion erlaubt. In dem Schreiben fasst Franziskus die Ergebnisse zweier Bischofssynoden zusammen, deren Ziel es war, die katholische Ehe und Familienpastoral zu erneuern. Die Innenminister aus Bund und Ländern haben weitere Schritte im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus beschlossen. Demnach sollen Polizei und Verfassungsschutz mehr zusammenarbeiten und die Verfassungsschutzämter in die Lage versetzt werden, extremistische Bestrebungen früher zu erkennen. Das beschlossen die Ressortchefs auf ihrer Herbstkonferenz in Lübeck. Auch der Schutz von Synagogen soll gemeinsam weiter verbessert werden.